40 lustige Ortsnamen in Brandenburg. Viel Spaß und los geht's! Also die Aufzählung endet jetzt hier. Ja, diese Orte gibt es wirklich. Bis auf einen. Der Ortsname Krebsjauche wurde im Jahr 1919 zu Wiesenau geändert. Ansonsten sind alle Orte über Maps findbar. Man kann wirklich in Brandenburg motzen und protzen. Immer noch besser als nur kleckern in Klein-Kleckersdorf. Man kann einen Abstecher nach Afrika machen oder sich in Sibirien umschauen. Nach Amerika geht es auch. Baltimore und Philadelphia laden ein. In Göttin, Gottesgabe und Himmelpfort kann man wirklich wohnen. Vielleicht kommt auch Rambo im Regenmantel zur schwarzen Pumpe oder in die Zuckerfabrik. Der Ort verlorenen Ort ist gar nicht verloren, sondern gut findbar. Ebenso verloren Wasser, obwohl beide Orte JWD hier sind. Vielleicht finden auch Fußballer hier einen Torfluch ganz ohne Witz und in Orion kann man sich an das Raumschiff erinnern oder den Laden. Je nachdem, was man eher mag oder will. Ja, man kann wirklich in Knoblauch wohnen, muss ihn aber nicht essen. Was die Leute in Kakro zu ihrem Ortsnamen sagen, darf erfragen, wer sich traut. Ob es in Almosen Almosen gibt, muss auch jeder selbst herausfinden. Die Einwohner werden den Wortwitz bestimmt light sein. So mancher betreibt bestimmt auch mit ranziger Wassersuppe seinen Schabernack. So, das war es jetzt mit den schlechten Witzen und Wortspielen. Du bist erlöst. Finale und Feedback. An die drei Leute, die das Video bis hier hingeguckt haben. Vielen Dank für eure Ausdauer. Verratet ihr uns jetzt eure Meinung? Wie hat euch das Video gefallen? Von welchen Ortsnamen wart ihr überrascht? Bitte lasst auch einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, wenn euch das Video gefallen hat und ihr uns unterstützen wollt. Bis zum nächsten Mal.